Moinsen Jojo Guck Jojo Wo wollen wir hin? Ist das jetzt Arsch? Schönes Ding Weiß ich nicht Alle rennen hier nur auf und ab Falco flieg Scheiße wird gesichtet Gegner bei A gesichtet Ich scanne voraus Stimpack hier Schockpfeil Schockpfeil Falco flieg Geblendet Sorry fam, der smoke Ich splinter Hilft mir denn keiner Hä? Ein Gegner Oh Schönes Ding Hä? Was hat der Chat gemacht? Oh yeah Robo Oh Ich sichte zwei von C nach B Und sie geht mit dem Rücken Sie dreht den Rücken zu und läuft weg Oh man, ich will Deine Sicht haben Ich möchte das reinschneiden können Also der Robo ist gerade MVP 186 Schaden, 2 Kills Ja ich hab's gesehen Die haben eher auf dich geschossen Statt auf den Robo und dann haben sie nichts geschafft Ich bin bei dir, Silver Schwul No, no mics Falco flieg Wir haben die Bomben dann nicht durch Wir haben die Bomben dann nicht durch Wir haben keine Waffen Falco flieg Oh, ich hab mich selbst geblendet Täuschen wir wenigstens hier ordentlich an Gegner bei A gesichtet Gegner bei B gesichtet Da, sie direkt hier Gegner bei C gesichtet Cypher war A Ja Spike in B Kopfschuss Kopfschuss Das muss ich schocken Ah Ja Ein Gegner übrig Der ist A Wir sind hier fertig Oh, kann man bei Oh, warte, das ist Legen, legen Das reicht eh nicht mehr So ist's richtig Wir sollten immer gucken Also Wir haben noch zwei mit Gammelwaffen Hm Müssen wir halt die Frakes machen Wird Zeit mein Rudel zu rufen Okay Fuck Falco flieg Ganz sinnlos Rauch im Anmarsch Ja genau, fisk Ladung rauf Stimmpack hier In der Spauk Oh shit Spike in C Ey, das war früh gepusht Mangellos Oh Shit Finde ich gut, dass einer unserer Entryfrager hinten rum schleicht, während wir pushen Alter Maloche Mann Ja Das ist blöd Ich glaube jetzt müssen wir Echo machen, weil wir so Ne Grad hatten wir halb halb Ja Dann nehme ich halt nochmal ne Stinger Smoke einfach B voll, damit wir close kämpfen können Mhm Dann nehme ich ne Bucky Okay Rauch im Anmarsch 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 Gut, ich dachte eigentlich close Oh Achso Stopp, stopp, stopp los Shit Spike in Mitte Jetzt verstehe ich was du wolltest Schlaf gut Such dich Zwei B Zwei B Einer kommt von C Einer kommt von C Falco flieg Ich hab den Spike Falco flieg Ich hab den Spike Ich hab den Spike Hörst du noch 2,5 Mh die hatte 6,8 am Anfang der Runde Noch 30 Sekunden Fug Okay Schöne Halb Echo dann auf jeden Fall, egal wie es ausgeht Hm Noch 10 Sekunden Beifaziert Klappe zu Affe tot Hm Wow Hall Hund 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 Ich sag's nicht gern, aber wir spielen besser als Team, oder? Wie lautet der Plan? Jo, kann ich gehen? Ey, du lachst, aber wenn das Video in einem halben Jahr rauskommt, dann ist das Realität. Wait, alle pushen. Ich weiß ja nicht warum wir nicht pushen sollen. Nein, er pusht die Miner in den Zungen. Oh, war short. Keine Ahnung, ob er jetzt ist. Jeder Schuss über seinen Kopf. Das ist dumm. Ich habe den Speichel. Was lässt erleben der Verbündeter? Hä? Nun. Ja. Was meinst du Drohne? Lust auf einen Ausdruck? Alle außer Chris können kaufen. Obwohl, Jet kann Chris kaufen. Ich glaub, mir sollte man nicht kaufen gerade. Warum? Wir können alle. Ja, gut. Brauche Ausrüstung. Danke. Den oben hätte ich haben müssen. Ich sparen. Warum sollten wir sparen? Was ist mit dem? Er hat auch genug. Schicke Drohne los. Schicke Drohne los. Schicke Drohne los. Schicke Drohne los. Stim-pack bereit. Lade nach. Ich habe zu jagen. Ich scanne voraus. Jet ist oben im Fenster. Ja, auch im Anmarsch. Guckt einer doppelt was? Schicke Drohne. Okay. There's two behind. There's two behind. Two behind. Two behind? Ahhhh. One's Carriage. One's Carriage. Two behind. Ich hab die Bombe. Scheiße. 80. Letzter lebender Verbündeter. Spike in Mitte. Zwei geschwicht. 105 gejoged. Wem sagst du das? Ich werde ihnen Respekt vor dem Alter beibringen. Hat er den... Hat Hanzo den rechts getötet? Oder warum hab ich da keinen mehr gesehen? Hm... Können wir mal noch kaufen? Jetzt sieht's kritischer aus. Hm. Hey, guck mal wer kauft. Der, der eins zieht. Erkutter hat letztes Mal. Mein Scherfer. Alle zusammen. Mach ich so. Einer fliegt doch immer long, oder nicht? Mal gucken, ob ich Glück hab. Okay, er hat mehr... Er hat mehr Skill als ich. Ohhhh. Ohhhh. Sova down. Ah, ich hab keine Deckung in die Mitte. Hoch mit dir. Ist geblendet. Ist geblendet. Ohhhh. Ohhhh. Ist das schlecht! Der, der heilt sich gerade Fenster. Äh. Ein Gegner übrig. Ist ja, Fenster war der zuletzt. Ich glaub, er ist mitgegangen. Decke Gebiet auf. Kommt er gar nicht mehr. Scheint so. Wir haben sie am spawnen. Ja. 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 Boah, ich steh neben ihm und schieß jede Kugel vorbei. Ist das herrlich. So ne Woche kein Ego-Shooter, das merk ich. Aber wir haben doch zuletzt vor ne Stunde gespielt. Hm. Der Part ist der erste, letzte Part ist der erste Stunde her. Was laberst du? Lügst du einfach deine Zuschauer an? Ähm. Niemals. Ähm. Ohm. Piekt gerne long. Pieking tot. Jetzt ist Hanso. Kein Entkommen! Oh shit. Brauche Hilfe. Das rutschnappen. Oh man. Ich blende durch, wir können dann rein. Lass den Himmel leuchten. Ah süß. Ausgedasht. Das ist so sehr. What? Ey, wie kann man denn nicht zählen? Kommt er bitte. Letzter lebender Verbündeter. Spiegel in die Mitte. Warum machen wir immer B? Das ist, da kommt es von allen Seiten. Ich bin keine Ärztin. Kann aber die eine oder andere Schussweiler von Blick. Mal mal C versuchen. Habt Bescheid, wenn ihr Heilung braucht. Brauche Beute. Könnt auch einfach mal einen Zweikampf gewinnen. Ja, bei C. Los. Ich versuch's, okay? Okay. Aber erst mal hoch. Ne, ich wollte ein Messer erst rauffahren. Halt nicht. Warum macht er denn jetzt auch ne... Hä? Ich scanne voraus. Der Pinkel. Da sind sie. Rauch ist raus. Lade nach. Stimpack bereit. Stimpack bereit. Schuss. Kommt schon nach oben hin. ich weiß genau wo ihr seid ein gegner übrig letzte war spawn bestimmt hat er die operator ja aber ich habe sie vorher noch kurz getroffen schönes ding war ja grad bei a ne äh ne c war die c auf a kann man sie auch also finde ich leichter schicke drohne rauch ist raus let's go okay ach so der ist auch purgelaufen speichern wenn ich loslege flitzen die alle weg und sind super leicht abzuschießen wird sie auch noch mal ziehen können wir überhaupt die jet muss schon wieder machen die alle mit dem geld ich sterbe ich sterbe auch ok sie ist jeder rum du hast gesagt voll kaufen habe ich gemacht ok wird sich besser ausdrücken müssen decke gebiet auf rauch im anmarsch gelandet schicke drohne los rauch im anmarsch direkt hier aus dem weg oh shit da ist einer smoke drin das passiert ist auch karger oder system pack hier wieso waren wir denn alle long noch die juckis gehen drauf und alle stellen wieder hinten ich dachte ihr geht zu dritt drauf ja aber warum nicht alle vier ne ich wollte die nfk spieler beschützen indem du da long stehst ja weil der omen kam letztens relativ schnell von hinten ja aber du kannst davon da nicht mal sehen ob einer von hinten kommt hä ich bin ja nur achso offensiv long gekommen weil ich gesehen habe dass ihr da umgeht ich wäre sonst ja defensiv geblieben noch 30 sekunden hat die denn die verbindung verloren ja noch zehn sekunden zieht ihr daran vorbeigelaufen oder was ne wow nechste runde vor dem wechsel jetzt gönnt euch nochmal danach hilft euch euer Schotter nichts mehr da ist ein schul da drinnen so jo also b lief auch nicht mehr äh c lief auch nicht mehr so hm ich brauche Hilfe ja gut aber c wart ihr halt auch nur zu zweit findet ihre schwachstelle stimmpack bereich ich scanne voraus nein nein cool bessere Waffe falko blieb 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 ach komm ich bin mal angeschwächt ich lade grad nach mann Jetta 20 OP letzter leben der Verbündeter spike in B wo jo blieb blieb seitenwechsel da bin ich mal wieder ein Hardcarry Hahn schön wärs ja oh das hat ein Teddy im Fenster schönes Ding cool was glaubst du mit dem Vogelkirchen? ja ja treibt sie zurück auf mein Zeichen ja Steps hier Steps huuuu mehrere Gegner bei A lade nach ich pushen sie dann nicht ja sie sind schon drauf Rauch ist raus so deckige Gebiet auf spinpack hier einer unterhebten zwei Krustore ein Gegner übrig oh nice spike in A ist wahrscheinlich nicht mitgekommen der Typ der Typ bestimmt noch schon long oder short wir haben BINGO 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 wenn ihr eins von meinen Tieren seht ist das gut verstanden? ihr kriegt schon raus was die so drauf haben jetzt mal streicheln du hebst uns so weit weg der ist hier what? oh Gott der ist hier spinpack bereit direkt hier wir sind VVC okay 5VC rauch im Anmarsch da bin ich gar nicht blockiere die Sech blockiere die Sech what? wer das denn hingekriegt? äh einer am Boden ein Gegner übrig vor Long letzter Leben der Verbündeter spike in C schön spike ist da wir sind stark weil wir zusammen halten vergesst das nicht Bucky ich stimme zu nee ich stimme zu nee gut ich stimme zu ich stimme zu okay hoch mit dir geblendet mhm da haben wir nur ein Cypher Dings gemacht ich glaube nicht dass die hierhin kommen ich höre Steps you okay vielleicht kommen sie da hierhin nichts bei Long ich helfe mal lieber der Jet okay ein Gegner Übrig Pass auf, das Zypher nicht von A kommt. Fault, ja. Sein Ernst. Mit seinem Messer. Und er macht's im Laufen natürlich. Ich spare noch. Stimpec hier. Ausgelöscht. Gegner bei C gesichtet, vorsichtig. Rauch im Anmarsch. Wir hatten ja jetzt... Stimpec hier. Aber nur einen. Einer tobt. Das war der Einzige. Get aim. Haben wir die Bomben oder warum sind wir alle in Double Doors? Bei C fliegen Sachen. Alkohol fliegt. Scheiß Wurruhe. Waffe hier. Gut, ich wollte zwar nicht... Okay, Zett. Gönn wir. Dash einfach auf den Gegner zu. Und dann geht es um... ... ... ... ... Das ist wunderschön. Ich habe gar nicht gecheckt, das... Moment, weil es die roten nicht vorbei ist. Und dann... Oh, das bräuchte dann einer neu. Ey, ich... Nee. Ich mach wieder die Fehler wie damals. So, Minimap gucken, Gegner pusht in dem Moment. Ich check nichts. Dann legen wir mal los. Ich könne es. Wo bleibt denn immer hängen, der Kackvogel? Tschüss. Gegner bei A gerichtet. Du hast weggeräumt. Gegner in der Mitte. Bombe in der Mitte. Spike in der Mitte. Der Rauch ist raus. Warum dashst ihr denn da immer? Ich mache schon wieder rein. Oh, ah. Okay, dann kommt ein Spike. What? Das war kriminell. Das war kriminell. Das war kriminell. Das war kriminell. wie er hier in mitte blendet wir haben die bombe mit dem ich habe geld nicht respekt er hat doch geklappt ich habe es leider nicht gesehen dass er komm ich kaufe den schönen sheriff gewinnt. report leck mich heute bist du durch bei mir ich möchte nicht mehr hängen ja doch so im Griff bei C ich nicht war sogar ein Headshot bei, hätte ich mal ne Vandal gehabt um, äh, der Sigvamp Viper hat 10 AP ist in Window äh, ist nicht mehr in Window Doppeldust Letzter Leben der Verbündeter ooooh die hat auch nur noch 100 AP ich denke nicht, dass sie da vorbei kommt Gis, ich möchte deine Leistung nicht schmälern aber mir drückt sie die brutalsten Headshots in der Millisekunde und du hast genug Zeit sie in den Oberkörper zu töten äh, nörst du dich noch? Ich hab doch schon vor 20 Parts gesagt, dass Gis die Gegner bezahlt das ist halt das akzeptiere ich nicht, Gis hab ich geduckt muss ich vielleicht auch mal ducken die schießen immer auf Kopfhöhe aber nicht auf Brust äh, Chris, ich kann dir kaufen ich hab... viel ach so los doch, auf geht rauche aus, danke schönes Ding Stimpack hier Gegner in der Mitte schon wieder jemand hier ist schon vorne ist schon vorne oh und... weißt du, bei mir auch den Headshot direkt ich weiß genau, wo ihr seid 2 mindestens A 2 mindestens A 2 mindestens A oder? weiß nicht B war halt auch der Phoenix ne, Steps bei B Plan C Scheiße, meine Window 2 Mitte ja, und da blickst du dort hat er dich sogar markiert holen wir uns diese Idioten können wir immer... ja wir können auch gut ähm... los geht's ich schwöre mein Vogel ist geistig behindert ok ok ich heimere unsere Jet aber unsere Jet ist tot was geht was die auch zu Wut? die die バ die 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 nichts gesehen Ich hab leider keine Blenden mehr. Gehen wir zusammen. 3, 2, 1, go. Links. 2, nice. Okay, der hat von... da. Der hält auf dem Anmarsch. Zerf war durch. Letzter Leben der Verbündeter. Oh, Jesus. Netter Versuch. Reden wir nicht drüber. Ne, wo gut? Ja, aber das war nur gut, weil er so schlecht war. Ich glaub, er konnte da den Molly vorbeilaufen, oder? Weiß ich nicht. Ne, 76 hat er bekommen. Ich hab gedacht, der Molly reicht, wenn er Hilfe hat. Brauche Beute. Okay, ich hab 50. Warte mal, 76 ist die Hälfte. Du hast gelogen. Ich hab 50 gemacht. Ich hab bisschen aufgerundet dann. Du lügen, Kobold. Danke. Du, das war ein Drittel. Brauche Beute. Wer soll der denn kaufen? Weiß ich nicht. Ja, echt. Also... Sie hat doch vor allem selber. Naja, sie hat ne kleineres. Aus dem Weg! Rauch im Anmarsch. Ey, ich hasse meinen Vogel. Die pushen C. Ich hasse es geil. Rauch ist du! Affe tot! Nächstes Mal schlägt Jet. Alter... Alter! Oh! Bei mir trifft nix, Mann! Wem sagst du das? Für diese Parasiten ist hier Endstation. Ich hab letztens wieder drüber nachgedacht, dass mir Overwatch und Team Forte viel mehr Spaß macht, als so ne Kacke. Jetzt weiß ich wieder warum. Mach mal Hälfte. So, dass wir dann auch noch kaufen können. Ich bin für euch da, okay? Rauch ist raus! Wo läuft der gegen? Wo läuft der gegen? Du verkackter Kack-Drecksvogel! Kein Entkannen! Ich hasse... Ne! Ich tue es nicht ein! Warum haben wir B verlassen? Weiß ich nicht. Na und was? Hallo! Äh... Wir aber auch. Wieso sagt sie geblendet, wenn der nicht geblendet ist?! Letzter Leben der Verbündeter! Spike platziert! Kopf runter! Decke Gebiet auf! Aua! Das ist mir gefühlt schon zehnmal passiert! Geblendet! Und dann kommt der... Matchpunkt! Nix geblendet! Dann machen wir sie platt! Ganz ruhig! Nee, nicht ganz ruhig! Die blöde Fakze soll richtige Calls machen! Hab ich auch oft mit ihr, weil wenn du die nur so kurz streifst und die sind ne halbe Sekunde geblendet, dann zählt das auch schon. Ey, die soll das Maul halten, wenn sie keine richtigen Calls machen kann! Geblendet! Nein! Direkt hier! Ich bin der Jäger! Schicke Drohne los! Was? Ich will da jetzt! Ich bin der Jäger! Ich werde uns nicht! Ich bin der Jäger! Stille! Gegner in der Mitte! Fl subm collaborating! Blasting Himmellighted! Embersetzung! Shock fire! Head for a, b. Hinter uns, B. Ein Gegner übrig. Auf B war der. Ach, Mann. Und es gibt noch eine Verlängerung. Oh. Seitenwechsel. Verlängerung. Ey, ich bin lieber eine halbe Stunde denn fast mal vorher mit dem Geist eingesperrt. Oh, der Geist, du Erskalier ist ja richtig. Ey, Geist ist jetzt unser Hard Carry. Geist, Geist, Geist. Ich lau einfach Geist, der ja unheil. Ich drück nur noch auf Heilung. Ja, ich nehme nächstes Mal Sage und wir carryen ihn nur. Also wir beschützen ihn. Sage und Sky und... Nee, Brimstone passt doch. Gib ihm einfach Tech Speed. Wir brauchen mehr Spieler. Wir müssen ihn alle unterstützen. Einfach alle hinter ihm herlaufen. Sage und wir brauchen noch... Und dann sowas. Was brauchen wir noch? Was kann noch waffen? Ne, geblendet my ass. So, Attacca, los, los, los. Nichts sporten, wir gehen rein. Blended. Sieh nix mehr auf. Da ist Feuer, da ist Mummen. Alles gescheit. Mummen tot. Ich habe Smokes. In der Schmuck. Robo. Meine Ult ist bereit. Du hast dein Ult, Chris. Ja, ich muss auch mal wegkommen. Ich wollte nur sagen, dass du dein Ult hast. Ja, das erreicht. Aber das bringt nichts mehr in die auf dem Punkt hin. Ja, Digga. Geht auch. Oh, mein Gott. Ma boi. Wieso war der überhaupt... Wo war der? Ist ja geil, wenn der bei uns gewesen wäre, ne? Weil das sind immer die Lieblingsmomente. Man plantet und alle, die einen beschützen, sterben um ihn rum. Wenn man weiß, wie soll man durchziehen, soll man töten. Meistens sterbe ich einfach. Lieber schnell Rückzug und dann halt... Er hätte die Ult erst nach der Bombe bekommen. Ja, ich konnte halt nicht. Und da schon... Einer auf dem Spot war, ich glaube, egal, wo du hingegangen wärst. Da du nicht mit dem gerechnet hast. Du hast ja nicht hingekommen. Ich glaube, das wird's für Kevin. Gut. Blended. Mehrere Slips. 140 Phoenix. Scheiße. Ja, im Anmarsch. 30. Phoenix hat immer keine Rüste drin. Okay, jetzt hab ich 90 in dem Chip. Spike platziert. In der Smoke, glaube ich, wird die... Ach so. Letzter lebende Verbündeter. Was war das denn? Wolltest du dir so einen coolen McSpain-Groove machen, oder was? Ja, ich hatte Angst, dass der eine von hinten kommt. Ich wollte es schnell machen. Seitenwechsel. Wollt ihr noch weitermachen, oder nicht? Ich hab auch... Ich überlege auch. Seid ihr die letzten beiden, oder was? Ja. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Oh! Oh! Gismus! Gismus! Oh! 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 Egal! 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 So viele haben wir ohnehin viel abgestimmt, wenn wir es nochmal unten stehen erreichen, dann war's das. Ey, die Fanta hat mich jetzt schon zweimal enttäuscht. Beides mal ein Headshot, aber beides 140. Ich wechsle wieder auf Wendel. Wollen wir mal fahren? Ich wechsle wieder auf Wendel. Wollen wir mal fahren? Hab sie gefunden. Direkt hier. Oben, oben ist der Omen. Steht nicht bereit. Schockspine. Schicke Drohne los. To Tod. Ja, diesmal nicht. Rauch im Anmarsch. Hast du dich, Chris? Stimtpack, hier. Ja, aber ich glaube es bringt es zu viel. Letzter Leben der Verbündeter. Hm, von beiden Seiten. Waren wir nicht nur geschlossen, oder warum konnte der Cypher da so stehen? Wieso geh ich da rein? Auf den Weg. Wer hat denn da geplant ist denn das? Seitenwechsel. Ähhhhh. Was? Nicht ich. Ja, du warst ja hinten. Okay, ich mach Double Doss und C. Easy. Smoke einfach C long weg. Und Double Doss auch. Und Double Doss auch, genau. Rauch im Anmarsch. Nichts geblendet. Die sind hier! Geht, zieht, zieht, zieht. Molly. Oder Ziel. Oder Ziel. Oh Gott. Blockiere die Sicht. Spike platziert. Scheiße. Ach man, natürlich kommen die dann lange weg. Fucking Champs. Letzter Leben der Verbündeter. Markel los. Voll Double Doss. Fuck, das hättest du mal unentschieden gemacht. Ja. Boah. Boah. Äh. Ah, ich hab keine Lust mehr, ey. Ich check's nicht, warum bin ich so scheiße. Ich check's nicht, warum bin ich so scheiße.